Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade gesehen, mir fehlt hier noch eine Wissensmarkierung. Was ist denn eine Wissensmarkierung? Ich bin mir genau zu dem, was ich hätte gewusst. Ein Mistik Well of Wissen. Oder eher, ich würde sagen, ein Well of Wasser licken mit den genauen Mistik-Mushrooms zu machen, um die Visions zu machen. Oh, er war recht entspannt. Ich kann es sicher sein, was er sah, hat ihn versucht, gouging seine eigenen Augen. Aber ich habe geschafft, ihn zu schrauben, bevor er das Arbeit fertig ist. Dann habe ich ihn gesagt, dass es sein Geheimnis für einen höheren Geheimnis ist, um sich zu bestellen. Blah, 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 blah. Ich dachte, dass er noch nie aufhört, aber der Tag er mich aufgenommen hat, ich wusste, dass er noch nie wurde. Er hat ihn ausgetauscht. Er hat ihn ausgetauscht. Er hat ihn ausgetauscht, und hat mich für mich, dass ich von dann auf sein Seite war. Und für einen langen, langen Tag, ich wirklich war. Das heißt, dass er nicht aufhört. Ich muss auf die Map gucken, weil ich will jetzt ein paar Sachen noch erledigen. Unentdeckt, was ist das Unentdeckte hier? Hier habe ich eine Valkyren, Tamus Leiche, habe ich alles fertig. Das ist der einzige Punkt, wo ich alles fertig habe. Weidegard, Wissensmarkierungen. Fehlt mir auch eine. Seeder 9, Unentdeckt, Mystische Tore, okay. 9 von 10. Was Mystische Tore sind? I don't know. Äh... Ich habe jetzt gesagt Weltenrisse, aber Weltenrisse habe ich ja auch schon gemacht. So, ne? Hier ist auch Unentdeckt bei Tears Temple. Vielleicht muss ich aber auch noch... Ah, okay. Da ist aber die... Truhe, die unten ist, ne? Unentdeckt, Mystische Tore. Achso, das ist immer noch die der neuen Flusslande. Nordenthron. Äh... Wahrscheinlich aber auch voll was übersehen zu haben, ne? Odinsraben, hier hinten. Bei Landsyndrominen. Boah, das muss ich alles noch nachmachen, ne? Boah, habe ich gar keine... Da ist eine Valkyra. Kein Drehfudel. Ähm... Wir faffen jetzt in den Lagerraum zurückkehren. Ah, stimmt. 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 Mystische Kammer. War da nicht eine... Ne, da war keine Valkyra. Irgendwann nicht. Äh... Da ist noch er. Mir fehlt aber noch eine andere Valkyra, ne? Laden, Herz des Berges, der Gipfel, der Berg. War hier nicht irgendwo noch ein mystischer Raum? Mystische, die verborgene Kammer. Laden, doch. Fass nächste Lagerraum. Fass nächste Starroom. Äh... Äh... Was heißt Gartoff? Sicht, Alpen, Außenposten. Kanal des Steinmetzes. Buris Lagerraum. Boah... Ich bin jetzt noch nicht mehr, wo ich diese ganzen Lagerräume gefunden habe. Verborgene Kammer von Odin. Echsenhöhle untergeschlaß. Da könnte ich aber mal hingehen, ne? Fass nächste Schlucht. Äh... Ja, gehen wir zur Fass nächste Schlucht. Äh... Ich setz mir schnell mal einen Marker, damit ich nicht... wieder komplett außen rumfahre. Das Drogon... Das ist Baldur's, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn runter, um mich zu retten? Es war sehr heroisch. Achso, das ist die... Yomungant. Ich hatte schon da... Ist jetzt am Ende hier der... äh... Fass hier... rüber, aber... Das ist einfach nur Yomungant. Der macht aber auch Geräusche. Er... Näh. ich habe beim letzten mal war bloß das wasser nicht heute ich habe auch ich habe eine erinnerung dass das anders war aber da habe ich die kiffe gemacht da kommt man ich komme ich das teil ich glaube ich habe einfach nur so wir waren aber schon so lange nicht mehr da hat er die axt wieder draußen aber doch ich habe geschlagen stimmt ja stimmt ja stümper ja ach man das wollte ich doch gar nicht wieder mit einer taus geblockt ja ich habe einfach zwei leisten rage verballert deswegen war das gar nicht ach egal ewiger frost habe ich gebraucht irgendwas augen ist der runenmeisterung in dem zauber während der runenangriff ring hat okay schatzkarte komplett der historiker silber und egeos gold habe ich hier eine lehnen nicht sagen wir fahren ist auch komplett oder habe ich auch alles dann mystische tore ledig sie gefallen sie gucken was das mystische tor sein soll ich wollte schon mystische vor sagen der mystische tor schatzkarte 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 für schiss schatzkarte Und... er... er wurde auch verletzt. Und wir haben einen Teil von seinem Journal gefunden. Es ist so, dass du dich verletzt hast. Das ist ein guter Mann, das ist mir. Wie geht er aus? Ich kämpfe ihn? Wir haben vier Arten neben ihm gefunden. Sie wurden verletziert. Vandrid hat immer seine Säge gehalten. Eine Lehre erinnert von mir. Oh, cool. Tiersplitter. Wohin noch von allen Werte. Helfen Sie einem verloren Geister. Das Thief nicht verdient, was du ihm gegeben hast. Vielleicht so. Aber trotzdem. Es fühlt sich gut, Menschen zu helfen. Auch die totale. So viel wie deine Mutter. Cool. Seid halt alle wunden. Auch wenn sie schon tot sind. Even the dead ones. Ach, da komme ich bloß. Ah, okay. Stimmt, die Tür ging ja so von außen nicht auf. Muss ich ja auch rumlaufen, ne. Atreus, to me. Okay, I'm coming. To me. Ähm, ich gucke jetzt mal bei der Hexenhöhle vorbei. Oder ist er auch noch irgendwie so ein Eingang zu so einer Kammer von Odin. Weiß nicht, ob ich sie schon aufgemacht habe. Kann auch sein, dass da eine Evalcüre drunter ist. Nach Alphine muss ich auch noch gehen. Das wird jetzt so eine... Ich sammle ja wieder Stuff-Folge. Ja, ich geh schon zum Tempel. Aber wann anders. Äh, irgendwo war das. Das ist hier, ne. Müsste ich jetzt zur Hexenhöhle. Der Geschoss. Also, ich bin so glaub ich. Wie es sich so fühlt wurden. Als Dinge zu sein. Es wurde so eine Art, die Wahrheit zu manipulieren. Wie so? Odin wollte Freya, eine Vanier-Göse und Gäste, dafür reibringen für alles in Asgard. Also, was alles worthig, was sie verletzt, wäre was an der Frege. Wie, dass sich also eine Möge der Baldur? Ja, das stimmt. Freya war die Möge der Baldur all along. Wenn es keine Frege... ... all along. er gibt es aber es gab ja noch so ein rätsel ich glaube hier da habe ich mich am anfang immer gefragt was sie diese komischen kugeln sind wo ich hier so hieß winde einfangen kann wie ein bifrost kristall in your eyes a loving gift from the giants since i used to do so much traveling between realms they thought it would be more convenient for me than having a crystal i could lose did it hurt no because i wisely fortified myself with 16 cups of billow maidens ale got so inebriated i tried convincing the giants to put him in my nipples instead almost talked them into it mimi ist geschichten die geschichte wie mir fast die riesen überzeugt hat im bifrost nippel zu geben oh hey da ist sogar oder habe ich das schon gemacht dass die frage da komme ich habe was nach oben wo ist denn hier der eingang die ist oben jetzt gucke ich aber trotzdem mal noch hexenhöhle ach das steht so den schlussland und was habe ich unentdeckt da hinten ist die da gehen wir rein wenn die Seite von mir geht die Thompson im vor Catalog ja ⑤ ② ⑭ ③ ④ ⑧ ⑭ ⑤ ⑫ ② ⑤ ⑫ ⑹⑥⑫ Das war hier geputzt schlagen vorbogen der Come on. Ah, ja. Das wird jetzt wieder ein Valkyrenkampf. Den mache ich. Den mach mal. Geprägtes Wappen der Bedrohung. Nice. Und da ist natürlich noch irgendwo eine Rabe. Wo ist denn der? Ach, der ist unten. Ich weiß nicht, ob ich die Axt nehme oder ob ich die Klinge nehmen soll. Was steht denn, Mr. Grabe? Das ist nicht da drüben. Come on, get this. Okay. Okay. Ah, ich finde das immer so lustig. Ah, da drüben ist er. Komm, die gehen da rein. Chara. Die sieht mir aus, als könntet ihr irgendwas mit Feuer. Och nein! Ich kann aber hier die... Ich muss halt die Klingeln doch nehmen. Ich bin hinter mir. Ich bin hinter dir. 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 Ich kann nicht das. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Oh! Watch out, mother! I got you! Hey! Fire! Fire! Fightin' son of hell! Ach fuck, jetzt hab ich schon wieder keinen Stein mehr. Der Kampf war ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Okay, ich klebe in den Kling rein. Ich hab mich für eine Worte in der Krieg. Gerade einfach mal im Leben. Ich habe mich, was ich nicht in der Übung erf maker? Er ist auf jeden Fall gewesen, die ich alline. Ich bin ein Freund. Es ist ein Freund. Da, die ich nicht in der Übung ziehe. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein bisschen tricky. Will ich das jetzt nochmal probieren oder will ich mir jetzt erstmal noch einen Stein holen? Was hab ich denn da eigentlich drauf? Ich hab das da, ne? Ich hab da... ... 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 Ich habe nur eine Gratitude geöffnet. Warum hast du gebetet? Ich bin... nicht sicher. Mein Geist ist noch fragmented. Der Rokstuhl von Valkyr. Das ist die letzte Sache, die ich erinnere. Was? Valhalla erwartet. Ich muss zurück. Oh. Und jetzt schiebt er sich in den Hintern. Wie er es immer tut. Mit allen Gegenständen. Die Rokstuhl von Valkyr. Die Rokstuhl von Valkyr. Die Rokstuhl von Valkyr. Ich glaube so. Wir waren zu viele verschiedene Pläne. Es ist zu links der zwei Oresmann-Statuen. Ich habe es nicht ausgesprochen, was es damals war. Ich wusste nicht sicher. Ich glaube, wir werden wissen, warum die Valkyrs so sind. Diese Kampfer hat eine spezielle Signifikanz für sie. Wir finden etwas da. Ich bin sicher. Die Rokstuhl von Valkyr. Okay. Die Rokstuhl von Valkyr. Die Rokstuhl von Valkyr. Die Rokstuhl von Valkyr. Only Fist-Spills machen. Aber nochmal Asgarder Stahl. Ach, das war jetzt lang genug.